Willkommen zurück zu Athletes Room mit Hilfsvoller Wur und Markus Rathje. Was geht ab? Und heute haben wir einen specialen Guest, einen neuen Gast bei uns. Kannst du dir einmal bitte vorstellen? Ich bin Otschi Vried, gebürtig aus Hamburg und bin Fußballer von Holger Kiel. Perfekt. Sehr, sehr geil, Otschi. Wir freuen uns wirklich, dass du heute da bist. Ich denke, wir können auch heute einiges über dich erfahren. Vielleicht vorab wollen wir nochmal unsere ganzen Zuhörer auch irgendwie bedanken. Also die letzten Wochen waren schon sehr, sehr cool. Wir hatten da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und daher freuen wir uns umso mehr, dass du heute da bist, Otschi. Danke, danke. Und du hast dich ja kurz schon mal vorgestellt. Ich weiß, du hattest uns im Vorgespräch schon erzählt, dass du unseren Podcast alle Folgen gehört hast. Das heißt, dir sollte die Kategorie Pulling Back the Curtain ein Begriff sein. Wir wollen ja immer am Anfang einen kleinen Icebreaker haben. Und jetzt kriegst du deine News, deine Headlines sozusagen aus der Zeitung. Ich fange mal mit der ersten an. Die erste wäre aus der BILD. Norddu für Ghana in der WM-Quali. St. Pauli's Chiré und Kieler Vried. Gib uns ein paar Einblicke in dieses Thema. Crazy, wenn ich daran denke. Ja, WM-Playoffs gewesen gegen Nigeria. War lange nicht dabei. Ich glaube, wurde ein Jahr nicht nominiert. Dann, ich glaube, vier Wochen vor der Nominierung den Anruf von Ottaro bekommen, dass ich dabei bin. Ja, super Gefühle natürlich, wenn man lange nicht dabei ist und dann auf einmal bei so einem wichtigen Spiel bzw. bei so wichtigen Spielen dann dabei ist. Das ist natürlich schon ein Traum, der in Erfüllung geht. Teil davon zu sein, sich eventuell für die WM zu qualifizieren. Ja, und wenn ich daran denke, ich kriege wieder Gänsehaut. Ehrlich. Also Hinspiel und Rückspiel. Also, ja, geisteskrank, wenn ich jetzt denke. Hattest du vor der Nominierung jetzt, hattest du davor schon mal die Chance gehabt? Ich hatte davor, glaube ich, drei Länderspiele, aber das waren zwei Testspiele. Einmal in Japan und in Island. Und dann ein Afrika Cup Quali-Spiel gegen ein kleines Land, aber das war jetzt nicht irgendwas, wo es um alles ging. Deswegen war es schon für mich eine besondere Nominierung. Und ja, wenn ich so denke, zum Beispiel an das Abschlusstraining, was wir hatten da im Kumanssee, auf einmal vor 10.000 Fans oder so, die haben schon Stimmung gemacht, als wäre es irgendwie Matchday. Also war verrückt. Und auch, wenn ich an das Hinspiel denke in Ghana, da ist halt so, ja, wenn ich das jetzt mit Deutschland vergleiche, da macht jeder Stimmung. Also da waren 60.000 da, jeder macht Stimmung. Egal ob jung, alt, dick, dünn, egal. Also jeder gibt da Vollgas. Und da ist einfach, dieser Vibe ist krass gewesen. Und auch so Rückspiel in Nigeria. Ich glaube, in dem Stadion passen normalerweise 60.000 rein, aber da waren locker 65.000, 70.000. Da gab es keine Sicherheitsstandards. Gar nichts. Du siehst so, Leute sitzen an Fenstern zu zweit, Leute sitzen bei anderen Leuten auf dem Schoß. Tickets wurden zweimal sozusagen. Ja, so ein Ding. Deswegen war es schon, ehrlich, richtig krass. Auch generell, wenn man in einer Nationalmannschaft ist. Also der Vibe, der da ist, ist einfach cool. Wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich, weil ich erinnere, als Hisu und ich hier im Studium zum ersten Mal mit Derek waren, das war genau die Zeit, glaube ich, als du bei der Quali warst. Und wie ist die Kabine grundsätzlich anders vom Gefühl? Also es sind ja auch viele Spieler, die auch in Europa da sind. Aber habt ihr so einen anderen Vibe? Weil als Beispiel, Luis hatte ja in Folge 3 so erzählt, dass sie vorm Spielanfang tanzen, ein bisschen aus sich rauskommen und so. Wie würdest du sagen, gibt es da auch einen Unterschied? Weil Otto Ardo hat natürlich auch einen starken Deutschlandbezug, so als Trainer. Ja, ist auf jeden Fall schon ein Unterschied da. Also generell, der Vibe in der Kabine und so ist anders. Da wird halt auch getanzt, gesungen. Ja, auch im Bus vorm Spiel. Also da geht es richtig ab. Da ist es halt nicht so wie in Deutschland, dass jeder seine Kopfhörer hat und seine eigenen Lieder hört, sondern wir singen da alle gemeinsam. Und tanzen gemeinsam. Das ist eigentlich schon der größte Unterschied. Ja, du hast einfach die ganze Zeit bei allen Sachen Spaß. Also so diese Lockerheit ist halt gegeben. Und ja, wenn ich das jetzt so mit Deutschland vergleiche, da wird einfach alles so ein bisschen ernster genommen. Was aber natürlich auch sehr, sehr gut ist, um den Fokus aufzuhalten. Und ja, das ist eigentlich der größte Unterschied. Sehr cool. Vielleicht noch direkt im Anschluss. Wir haben insgesamt drei Headlines für dich vorbereitet. Und das passt jetzt noch ganz gut zum Thema. Occi jubelt über WM-Quali. Holstein-Kiel spielt international. Finde ich ganz charmant genutzt von der Bild. Wie war das allgemein? Es gibt ja dieses bekannte Bild von dir, auch für alle Zuhörer, die einmal auf Occi's Instagram raufgehen, wo du da so kniest. Was ist da so für eine Last irgendwie? Was heißt eine Last, aber auch an Freude so von dir ausgegangen? Ja, ich glaube, wenn ich an den Moment zurückdenke, ist einfach brutal. Dir gehen in dem Moment so viele Gedanken durch. Halt dieses, du bist bei der WM dabei. Ich glaube, jeder Junge, der Fußballer werden möchte, träumt irgendwann davon, irgendwie in der WM zu spielen oder Champions League zu spielen. Und ich glaube, wenn man da die Möglichkeit hat, ist das halt schon eine Riesenlast, die fällt. Und ja, einfach die Gefühle waren, ich wusste nicht, wohin damit. Und ich bin ja auch, glaube ich, ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Deswegen ging mein Dank erstmal an Gott, dass es mir diese Möglichkeit gegeben hat, da dabei zu sein. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, jeder Mensch träumt am Ende davon, so dabei zu sein. Und da halt live das mitzuerleben, live Teil davon zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was geschichtsrechtlich ist. Und wenn man da Teil davon ist, ist es einfach überragend. Auch wenn ich jetzt davon rede, ich kriege Gänsehaut. Ehrlich, das ist brutal. Mega. Ja, ich glaube, das sind Momente, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Erstmal vielen Dank, dass du uns da auch so mitgenommen hast. Ich hätte noch eine Frage dazu. Nach der WM-Quali, wo ihr qualifiziert habt, was habt ihr danach gemacht? Also ich würde mir vorstellen, ihr habt danach Party gemacht, oder? Boah, komplett. Auch wenn ich daran zurückdenken muss. Das Dingenspiel war ja vorbei. Wir feiern erstmal auf dem Platz und sowas. Richtig Freude gehabt. Dann sind wir zu unseren Fans gegangen, waren ja auch ein paar da. Ich glaube, drei, viertausend oder so. Da gefeiert. Dann auf einmal, du siehst so, die nigerianischen Fans, die drehen durch. So, haben halt voll, ja, komplett Frust gehabt. Siehst du, schmeißen Flaschen da, schmeißen alle Sachen auf uns. Wir denken, okay, was geht ab? Ist irgendeiner zu uns gekommen, ja, schnell in die Kabine rein. Auf einmal, wir laufen Richtung Kabine zurück. Du siehst, Fans kommen von oben, kommen Richtung Platz, die laufen uns hinterher. Ich denke, scheiße. Dann, ich bin kurz vor Eingang. Ich bin kurz vor Eingang. Du siehst, irgendeine wirft Flasche genau auf meinen Kopf. Ich denke, scheiße. Aber mir war in dem Moment egal. Ich dachte, einfach reingelaufen. Dann drin gefeiert. Ja, ging komplett ab. Also, gefühlt Trainer, Co-Trainer, Physios. Die haben vor Freude geheult. Also, richtig heftig. Auch so, ja, getanzt, gebetet zusammen. Also, dieser Moment, den wir da hatten, ich glaube, ich hatte noch nie so was Schönes so, dass wir einfach, wir waren so eine Gemeinschaft. Ich glaube, so was, ja, ich glaube, selber. Hiswil spielt ja auch selber Football. Da ist man auch eine große Gruppe. Und wenn man halt zusammen so einen geilen Sieg holt, das ist einfach so ein Gefühl, wenn du da, ja, diesen Sieg halt mit anderen teilen kannst. Ich glaube, das ist so was, was, ja, was kein Vergleich hat. Also, das war es schon. Kann dir keiner wegnügen. Ja, das ist das Ding. Perfekt. Letzte Headline? Kiel gerettet. Für solche Spiele lebt man. Erinnerst du dich an die Headline? Welches Spiel war das? Zu 100 Prozent. Für welche Spiele lebst du denn? Musst du jetzt mal ein bisschen ausführen. Ja, ich glaube, das sind so Top-Spiele einfach. Wie jetzt, das war ja, glaube ich, gegen Bremen. Wo wir 3-2 gewonnen haben. Ja, hat, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass wir da einen Sieg holen. Ja, wenn ich an das Spiel zurückdenke, Freitagabend, Flutlicht, 42.000 Fans. Jeder denkt, dass Bremen gewinnt, die waren kurz vor dem Aufstieg. Keiner hat uns auf dem Zettel. Habt ihr im Weserstadion gespielt? Ja, genau. Im Weserstadion gespielt. Keiner hat uns auf dem Zettel. Ich glaube, wir liegen nach 20 Minuten 2-0 zurück, obwohl wir eigentlich ganz okay gespielt haben bis dahin. Und jeder dachte dann so, ja, okay, Kiel kriegt richtig auf die Fresse. Verlieren locker 4-5-0. Aber was wir danach für eine Leistung abgeliefert haben, ehrlich, unglaublich. Haben das noch gedreht. Ja, für mich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. An zwei, beziehungsweise an allen Toren irgendwie beteiligt gewesen. Vor so einer Kulisse auch unsere Fans. Brutale Leistung abgeliefert. Ich glaube, meine ganz Kollegen waren da. Direkt neben den Kiel-Fans. Und die meinten auch, ich habe noch nie Kiel-Fans so laut gesehen. Ey, ich bin brutal. Und ja, ich glaube, wir haben das 3-2 dann in der 85. Minute gemacht oder so. Ganzes Stadion ruhig gewesen. Nur die Kiel-Fans hast du gehört. Alle explodiert wahrscheinlich. Alle explodiert. Dieses Spiel auch. Das sind halt so Spiele, wofür man lebt. So diese Top-Spiele, besonders noch abends, wenn ganz Deutschland gefühlt drauf guckt und du da einfach erfolgreich bist. Das sind so Momente, wofür man lebt. Ja, das ist unglaublich. Sehr cool. Erstmal vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Auch so ein bisschen in deine Gedanken geholt. Grundsätzlich so die DNA von unserem Podcast ist ja, dass wir erstmal an den Anfang springen. Genau das machen wir jetzt. Nimm uns mit, wo hat der kleine Occi sozusagen angefangen, Fußball zu spielen? Beziehungsweise erzähl uns allgemein über deine Anfänge. Wo bist du geboren und wo hast du dann angefangen, Fußball zu spielen? Ja, Hamburg geboren, wie ich schon gesagt habe. Ja. Dort mit meinen Freunden halt früher gekickt. Schon als ganz, ganz kleiner. Dann bin ich, glaube ich, mit fünf zu STM02 gewechselt. Oder, ja, habe ich dort halt angefangen. War auch eine bisschen lustige Story halt. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund. Benezauz heißt der. Und wir waren halt zusammen im Kindergarten und haben da halt immer so zusammen Fußball gespielt. Und er hat dann halt schon, ich glaube, ein Jahr früher als ich mit Fußball angefangen. Und wir waren halt so gut befreundet, dass wir halt immer auch nach dem Kindergarten zusammen spielen wollten. Und ja, dann hat seine Mutter, meine Mutter vorgeschlagen. Eventuell, dass ich mich auch da anmelde. Und dann bin ich ja auch dahin gewechselt, habe dann dort insgesamt acht oder neun Jahre gespielt. Ich glaube, bis ich 13 war. Dann zu Cordy gewechselt. Du darfst jetzt noch nicht zu sehr springen. Wie war deine Cordy-Zeit? Weil ich habe jetzt gleich noch ein Special für dich. Die Cordy-Zeit. Ja, die Cordy-Zeit war auch. Ja, war eine gute Zeit. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Tore da geschossen in der Saison. Ja, lief richtig gut. Ich glaube auch, wie ich überhaupt zu Cordy gewechselt bin, war auch sehr, sehr witzig, weil ich war dann im Probetraining mit einem Freund von mir, mit dem ich Maham gespielt habe. Und er sollte eigentlich alleine hin und ich bin einfach mitgegangen, weil ich dachte, okay, ich begleite ihn einfach mal. Und ja, hatte dann meine Fußballschule mit. Habe da dann einfach mit trainiert. War der Trainer dann auch überzeugt und meinte so, ja, wenn du Lust hast, kannst du dann auch zu uns kommen. Ja, habe ich dann halt gespielt und auch sehr, sehr gut gespielt. Ja, bin dann halt von da aus zu Pauli gegangen. Sehr cool. Warte, würdest du was fragen? Warst du von Anfang an schon ein Stürmer oder bist du gewechselt von der Position aus? Also warst du der geborene Stürmer? Bei Maham habe ich immer links im Mittelfeld gespielt. Dann, als ich zu Kordi gegangen bin, war ich wieder Stürmer. Dann bei Pauli wieder Stürmer, Zehner, rechts, außen, eigentlich offensiv überall gespielt. Und dann so richtig Stürmer, so wie ich jetzt spiele, eigentlich seit seit Lüneburg. Ja. Spannend. Ich habe eine Sprache, beziehungsweise es sind zwei Fragen in einer. Wir müssen dazu sagen, die erste Frage können wir auch gerne aufs NDR nochmal verschieben. Sozusagen. Wir müssen dafür eigentlich alle deine Station kennen. Aber hör einfach mal rein. Moin Grafic. Du, sag mal, wer war eigentlich dein bester Trainer? Beziehungsweise unter welchen Trainern hast du dich am meisten weiterentwickelt? Und wie viele Tore hast du eigentlich damals gemacht bei Kordi in der U15? Ich bin der Meinung, das waren so zwischen 70 und 80 und davon habe ich dir die Hälfte vorgelegt. Ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast mit so einer Frage. Beziehungsweise auch die Person, die sie gestellt hat. Nicht mit gerechnet. Der beste Trainer, den ich damals... Ja, ich glaube, einen ganz großen Sprung habe ich damals bei Kordi gemacht. und da war ja Danny Zahnke mein Trainer. Ja, ich glaube, er hat sehr viel aus mir rausgeholt. Ja, ich habe da nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Ich war davor eigentlich nur... Ja, ich habe nur aus Spaß so gespielt, so ein bisschen bei Ham halt bei mir in der Gegend. Und da habe ich halt gemerkt, so ja, okay, bei Kordi wird es halt so ein bisschen ernster. Da hast du halt öfter Training. Du machst dann halt auch andere Sachen, die jetzt nicht nur so in den Fußball rumgehen, auch wenn es um Fitness geht, Kraftübungen und sowas. Da hat das halt so ein bisschen angefangen, dass das so ein bisschen professioneller wurde, wenn ich jetzt so sagen kann. Ja, und lief auch richtig gut bei mir. Ich weiß nicht, wie viele Tore ich da gemacht habe. 70 bis 80 kann gut hinkommen. Ich glaube, ich habe jedes Spiel so mindestens drei, vier Tore gemacht oder so. Ja, hatte auch sehr, sehr gute Mitspieler, die mich dementsprechend auch sehr, sehr gut eingesetzt haben. deswegen. Wer war denn jetzt gerade der genannte Mitspieler? Hast du es rausgehört? Graffitsch. Graffitsch. Timo? Stegmann? Timo Stegmann, ja, Stegi. Stegi einfach. Stegi. Spielt ja jetzt aktuell Oberliga bei Viktoria. Ja, genau. Ja, sehr, sehr guter Mitspieler gewesen. Ja, mir viele Tore vorgelegt. Sein Opa war auch immer mit dabei, hat mir dann auch mal Tipps gegeben. Der meinte auch, glaube ich, schon damals, dass ich mit Abstand der Weste da bin. Ja, war eine coole Zeit. Wenn ich jetzt an Stegi denke, wir haben ja dann auch bei Pauli nochmal zusammengespielt. Ja, schade, dass es für ihn nicht so geklappt hat, weil ich eigentlich auch sehr, sehr viel Potenzial in ihm gesehen habe oder auch sehe, direkt auch ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Sehr cool. Dann meinetwegen, wir können gerne einen Sprung weitermachen. Cordy war ja relativ kurz. Ich glaube, wie lange war es? Ein Jahr? Ein Jahr. Und dann bist du schon von St. Pauli gescoutet worden? Ja, genau. Ich hatte ein paar Angebote, aber Pauli hat mich da am meisten gecatcht. Ja, Gespräch mit dem Trainer damals lief sehr, sehr gut. Und ja, bin dann zu Pauli gegangen. Wie kam es grundsätzlich? Also hattest du auch theoretisch, in Hamburg ist es ja so, oder dass mehrere Scouts sind, also war es nur, dass Pauli ein Angebot gemacht hat oder war theoretisch auch noch HSV? Ja, HSV war auch, ja, war eine Option gewesen. Ja, aber so dieses, bei Wechseln ist mir halt immer wichtig, sodass ich ein gutes Bauchgefühl habe. Und das war halt damals bei Pauli gegeben, weshalb ich mich dann auch dafür entschieden habe. Ja, bin dann zu Pauli gekommen. War dann halt auch alles so ein bisschen neu für mich. Da war halt nicht nur ein guter Stürmer, sondern halt generell eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich glaube, die Hälfte unserer Mannschaft war damals auch in der Hamburger Auswahl. Ja, war sehr, sehr viel Qualität für mich auch. Ich glaube, ich bin in der U16 hingegangen, habe dann die Vorbereitung sogar direkt in der U17 gemacht. Ja, dann habe ich halt gemerkt, okay, da geht es ab. Da ging es steil bergauf. Ja, Niveau war sehr, sehr gut. Habe da so ein bisschen Zeit gebraucht. War dann halt wieder dann bei uns, bei mir im Jahrgang, in der U16. Dann da drei, vier Monate gespielt. Ja, auch sehr, sehr viele Tore damals gemacht und bin dann halt auch wieder hochgekommen zu U17. Ja, ein richtig gutes Rückrundenjahr gehabt. In der U17 sind dann halt auch aufgestiegen in die B-Bundesliga. Ja, und dann halt B-Bundesliga dann wieder mit meinem Jahrgang gespielt. Wann hast du so ein bisschen gemerkt auf diesen ganzen Stationen? Also du bist ja dann U16 hingekommen. Wo hast du so gemerkt, theoretisch ist es ja, das meine ich auch so zu Derek, Derek war glaube ich auch in der U15, relativ spät. Es sind ja schon viele, die ein bisschen früher da sind. Wie verändert sich das Niveau, wenn du beispielsweise von Cordy kommst, jetzt so dermaßen schnell dich entwickelst zu U17 und dann auch in der Bundesliga, in der B-Jugend, wenn man da ganz andere Gegner hat, vor allem für dich als Stürmer. Wie hat sich das für dich verändert? Wie hast du dich da drauf eingestellt? Ja, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig. Bei Cordy war einfach gefühlt, ich konnte machen, was ich wollte. Ich wusste, ich gehe ins Spiel rein, ich schieße eh meine drei, vier Tore, weil einfach das Niveau nicht so gut war. Und ja, bei Pauli war es halt anders. Du hast halt sehr, sehr gute Mitspieler gehabt, aber auch sehr, sehr gute Gegenspieler gehabt. Da war es halt nicht so einfach. Da konntest du halt nicht so drei, vier Tore machen. Da war es halt ein bisschen schwerer. Besonders halt auch, als ich beim älteren Jahrgang gespielt habe, war es dann halt nochmal ein Stück schwerer, weil die halt ein Jahr älter sind und mehr Erfahrung auch auf diesem Niveau haben, wenn du halt schon länger da spielst, halt dann gefühlt dein ganzes Leben lang halt immer gegen Top-Vereine spielst und ich habe halt dafür immer gegen die kleinen Vereine aus Hamburg gespielt. Deswegen hat man schon ein bisschen Zeit gebraucht, um sich darauf einzustellen. Ja, kann aber von mir schon behaupten, dass ich mich eigentlich relativ schnell akklimatisiert habe und dementsprechend auch eigentlich gute Leistung gebracht habe. Du hast ja noch ein paar andere Stationen später gehabt. Wir wollen jetzt nochmal eine Sache erfahren, ob der Ursprung sozusagen schon in der Jugend war oder ob er später kam. Ich weiß nicht, wie es will. Darf ich nochmal eine Frage von jemandem? Yo, Big O. Alles gut bei dir? Mein erster Fall an dich ist, wie bist du zu deinem Torjubel gekommen? Und meine zweite Frage ist, wie hat es dir jetzt angefühlt, als du Drittligameister wurdest? Verstehst du? Verstehst du? Deswegen hatte ich die Frage nur ein bisschen angeteast. Wo kommt das her? Erzähl mal ein bisschen. Boah, der Jubel. Du musst einmal in die Kamera zeigen für die Leute, damit sie wissen. Tschüss. Die wissen. Wo kam der her? Ich glaube, das war damals in der Drittligasaison. Ich glaube, wir haben gegen Halle oder so gespielt. Und ja, Derrick und ich waren halt immer auf dem Zimmer zusammen über Auswärtsspielen und bei uns halt immer Musik laut. Wir haben getanzt, gesungen, alles. Vibe war immer da. Und es war dann dieses kurz vor dem Spiel. Wir haben Musik angemacht, getanzt und da kam das Lied von Luciano. Ich glaube, das heißt Yeah Flex. Und es fuhr laut angemacht. Ich weiß nicht, auf einmal kam das in meinen Kopf, ich habe das gemacht und wir haben das unnummer gefühlt und dann meinten wir, okay, wenn einer von uns trifft, dann machen wir diesen Jubel zusammen. Dann haben wir gegen Halle gespielt. Ich glaube, ich habe nach zwei oder drei Minuten getroffen, also direkt dann den Jubel gemacht. Dann haben wir, okay, fresh und so. Gutes Omen und so was. Und ja, dann auch Spiel gewonnen und so was. Und ja, dann dachte ich mir, okay, kam gut an, auch bei Freunden und so was, war immer was Neues. Und dann dachte ich, okay, ziehe ich durch. Und in der Saison habe ich auch sehr, sehr oft getroffen, deswegen konnte ich den Jubel auch sehr, sehr oft machen. Immer trainiert. Immer trainiert, immer trainiert, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ja, deswegen ist es dann halt so geblieben. Ich glaube, es ist dann auch bei den Leuten ganz gut angekommen. so hast du halt auch so einen Jubel, ja, den nicht jeder hat. Auch, wenn ich sehe, wenn den anderen machen, wenn den anderen machen, das freut mich auch. Ich glaube, ein, zwei Wochen später dann auch Aaron auch getroffen hat, auch den Jubel gemacht. Da dachte ich mir auch, ja, okay, schon geil. so, deswegen, ja, Jubel ist schon was Besonderes für mich. Ja, ich sage mal auch so ein kleines Markenzeichen, wenn ich sehe, zum Beispiel, ich glaube, ich bin zu Holtschek hier neu gekommen und Fabian Rehse kannte uns seit zwei Wochen und er meinte auch schon direkt, wenn einer von uns trifft, wir müssen den Jubel machen, weil er ihnen so gefallen hat. Deswegen, alle wollen daran so ein bisschen partizipieren. deswegen alle wollen so ein bisschen daran teilhaben. Deswegen, ja, schon ein schönes Gefühl. Gibt es bei EA eigentlich schon dafür ein kleines Patent oder so, dass du den Jubel machst? Eigentlich nicht, aber ich glaube, ich muss mit den Leuten da reden, dass sie den da reinbringen, weil FIFA 23 der Jubel kommt. Und hast du auch einen Namen dafür? Namen habe ich nicht, aber musst du jetzt ausdenken, Ich glaube, wenn Leute das in die Kommentare schreiben wollen, können die schreiben. Also einen Namen habe ich davon noch nicht. Sehr gut. Außer Hisro hat jetzt was Spontanes. Irgendwie no, ich dachte, dass man no face, no case mäßig. Mäßig? Mäßig, aber ja man, auf jeden Fall für die Zuschauer einmal bitte in die Kommentare schreiben. Ganz wichtig noch, das ist ja natürlich nicht Standard, dass jetzt die Zuhörer jede Folge gehört haben. Wichtig für den Background, wer ist Derek Köhn in dem Fall? Spielt jetzt aktuell Linksverteidiger bei Hannover. Ihr habt zusammen bei Bayern und auch bei Willem Zwerge zusammengespielt, nur als kleiner Background für die Zuhörer. Noch eine kleine direkte Frage an Hisro. Wirst du den Jubel jetzt nächstes Mal auch auf dem Feld machen? Beim Sack? Fahnen wir oder so? Wäre sick. Ich habe ja eh Sonntag mein Spiel. Ja man, ich glaube, ich mache den gegen Istanbul. Ich mache den so geil. Muss den machen, hast du jetzt hier gesagt, muss den machen. Ich mache den safe. 100 Prozent. 100 Prozent. Sehr, sehr nice. Alright, wo waren wir stehen geblieben? Letzte Station war glaube ich U17 Pauli. Wie ging es für dich weiter? Also war es relativ geradlinig? Bist du dann einfach in die U19 sozusagen weitergerückt oder hattest du noch mal so ein paar Struggles auf dem Weg? Also jetzt wir reden nur mal von Pauli. Es lief eigentlich immer relativ geradlinig. U17, U19 war auch, ja, lief eigentlich ganz gut. Bis dann zu U23. Bin dann halt hochgekommen in den Herrenbereich. Davor die Jahre bei Pauli eigentlich immer gesetzt gewesen, immer viele Spiele gemacht, auch relativ oft getroffen. Es lief eigentlich alles so wie am Schnürchen, auch ein paar Einheiten bei den Profis immer gemacht, als U19 Spieler ein, zwei Mal im Kader gewesen. Ja, für mich war eigentlich, ja, okay, ich werde safe irgendwie bei Pauli Profi. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und da habe ich einfach gemerkt, im Herrenbereich, ja, okay, es geht doch nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Ja, weniger Spiele gemacht. Wie war das denn? Kamst du direkt aus der U19 dann zu den Profis oder hast du erst in die U23 sozusagen gewechselt? Ich kam von der U19 direkt zu U23. Vorher als U19-Spieler schon halt, ja, bei den Profis ab und zu mal trainiert und auch als U19-Spieler ein paar Spiele bei der U23 gemacht. Aber, ja, bei den Profis war ich eigentlich so richtig nie. Und, ja, bin in die U23 gekommen. Dann, dort halt nicht so viele Spiele gemacht, wie halt davor. Ähm, ja, erste Jahr war eigentlich noch ganz okay. Glaub ich, acht oder neun Tore gemacht, was eigentlich für ein erstes Herren ja eigentlich relativ in Ordnung ist. Und dann hatte ich auch das erste Mal so mit Verletzungen zu kämpfen, weil ich glaube, in der ganzen Jugendzeit war ich eigentlich nie verletzt, war immer fit, konnte immer spielen. Und, ich glaube, da im ersten Training dann in der Vorbereitung im zweiten Jahr äh, mir das Außenbandriss gehabt, im Knie, war dann halt da drei Monate raus. Ja, war dann halt auch so schwierig, so wenn du dann im Kraftraum bist und du siehst, dann die Leute haben, trainieren und sowas und für mich war einfach die Situation neu. Kannte das halt nicht. Hab mich dann irgendwie dann zurückgekämpft. Ähm, zu der Zeit, wo ich dann wieder fit wurde, ist dann unser Trainer Profitrainer geworden und wir bekamen dann einen Trainer dann noch so 15. Und, ja, dann war es halt für mich schwierig, dann sich dann wieder reinzukämpfen. Hab dann halt, ähm, ja, keine Spiele gemacht oder halt relativ wenig Minuten bekommen und, ja, das hat sich dann das ganze Jahr hingezogen. Das war dann dein zweites Herrenjahr? das war mein zweites Herrenjahr. Hab dann halt nicht mehr so viel Spielzeit bekommen. Ja, eigentlich, ähm, ja, wenige Minuten gehabt, äh, konnte mich dann halt nicht mehr so zeigen und, ja, dann halt kein, kein, äh, kein Vertrag bekommen. Genau, mein Vertrag lief dann da aus und, ja, die wollten dann nicht mit mir verlängern. Wie fühlte sich das für dich an? Weil, bisher ging es ja wirklich, also, nachdem du bei Cody warst, warst du dann immer nur, ja, es geht weiter, es geht weiter. Das erste Mal, dass du dann da standst und drüber nachgedacht hast, wie es überhaupt weitergehen muss. Das war schon komisch. Also, für mich war einfach, ich spiele Fußball und es läuft immer gut, läuft immer, immer top, krieg meine Verträge, läuft immer alles und so geht es weiter. Und da habe ich einfach das erste Mal gemerkt, ja, okay, Weg ist doch steinig und, ähm. Hast du, hast du daran an deinem Traum sozusagen gezweifelt, Fußballprofi zu werden? Teilweise ja, mich ehrlich, ähm, stand auch in der Überlegung, dass ich eventuell, ja, ganz aufhöre beziehungsweise dann irgendwo in Hamburg spiele. Hab schon mit meinen Jungs darüber gesprochen, eventuell, ich komme zu euch, komme zu euch und. Welcher Verein wäre es gewesen? Äh, wo spielen deine Jungs? Ja, ich glaube, damals einer hat bei Volz Wacker gespielt, ähm, Danny Zanke war ja damals Trainer auch bei Sasel, der hätte mich auch begrüßt. Ähm, ja, also, es war auf jeden Fall in der Überlegung, aber ich dachte mir dann halt, ähm, ich hatte da auch zwei Probetrainings oder drei nach Pauli. Ich glaube, einmal bei Jan Regensburg, wo ich dann fünf Tage mittrainiert habe, aber kein Angebot bekommen habe, dann war ich noch bei Wend Wiesbaden, auch, äh, eine Woche trainiert, leider auch kein Vertragsangebot da bekommen und, ähm, ja. Wie war das für dich dann mental? Also, du kommst erst mal aus der Situation, St. Pauli sagt nein und dann hast du noch mal zwei weitere Probetrainings und es kommt kein positives Feedback, so. Wie geht man da als Athlet damit um? Ähm, ja, ist schon, schon schwierig, wenn man dann halt eine Absage bekommt, ähm, weil ich das vorher eigentlich gar nicht so kannte und dann halt, ja, kein neues Angebot von Pauli, dann halt bei zwei Probetrainings, ähm, ja, die ich nicht erfolgreich bestreiten konnte und da denkt man halt natürlich schon viel nach, so, ja, okay, wohin geht der Weg? Geht der jetzt nach links oder nach rechts? Ähm, ist man erfolgreich oder lässt man das komplett sein und, ähm, geht jetzt, äh, seiner normalen Arbeit nach oder studiert oder macht irgendwie sowas? Und, ja, dann kam das Angebot von Lüneburg rein, die dann auch bei uns in der Liga gespielt haben, ähm, die Gespräche liefen richtig gut, die haben von Anfang an auf mich gesetzt und ich glaube, ich bin auch so ein Spieler, wenn ich weiß, ich kriege das Vertrauen vom Trainer, dann kannst du alles aus mir rausholen, dann ist eigentlich auch für mich eigentlich relativ egal, wo ich spiele, ähm, wenn ich meine Situation bekomme, dann werde ich sie auch gut nutzen und, ähm, dieses Vertrauen wurde mir da gegeben. Aber, jetzt Lüneburg, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? gab es da schon vorher ein paar Gespräche oder waren die einfach da? Ähm, es gab schon vorher ein, zwei Gespräche mit einem Berater, ja, ich glaube, wir haben ja in der gleichen Liga gespielt, deswegen kannten die mich eigentlich schon, da wir in der gleichen Liga gespielt haben und, ja, das Projekt hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Bei denen war es einfach so, ähm, die haben viele Spieler geholt, die woanders gescheitert sind und jeder Spieler, der eigentlich neu zu uns damals kam, hat das irgendwie als letzte Chance oder als neue Chance gesehen und so war es halt bei mir auch und... Aber würdest du sagen, zu dem Zeitpunkt, dass du dich gefühlt hast, als hättest du gescheitert? Äh, teilweise ja, weil ich glaube, als ich damals zu Pauli gewechselt bin, mit 14, dann war, ja, da war auch mein Traum, irgendwann halt bei Pauli, bei den Profis zu spielen, ich glaube, ich war auch als kleiner Junge, ähm, am Millern-Tor und diese Stimmung, die einfach da war, geisteskrank, also, wenn ich jetzt auch so daran denke, die Fans von Pauli sind einfach brutal, da ist eigentlich gefühlt jedes Spiel immer ausverkauft, so eine Stimmung, ich glaube, ähm, ja, ein toller Verein gewesen und wenn man sich da dann halt, ähm, als kleiner Junge, wenn man als kleiner Junge da hinkommt und sich dann da halt zu den Profis hocharbeitet, ist das natürlich dann auch schon ein Traum, der in Erfüllung gegangen wäre. Ähm, ja, musste jetzt ein paar Umwege nehmen und, ja, freue mich dann schon, wenn ich bald auch zwar halt für Holstein-Kiel, aber dann halt auch im Millern-Tor spielen kann. Das, das wird bestimmt nochmal, äh, vor allem aus seiner Perspektive so ein ganz besonderer Tag. Das auf jeden Fall. Du hast schon Umwege angesprochen, ähm, und auch eben Lüneburg angerissen. Wie verlief die Saison in Lüneburg? Das war ja schon so, so ein Wendepunkt, oder? Würdest du behaupten? Ich glaube, das war auch mit für mich der wichtigste Schritt, in meiner Karriere, weil dieses Jahr in Lüneburg, das hätte halt entschieden, in welche Richtung das für mich geht. Und, ja, das, ja, verlief für mich, also aus meiner Sicht, ähm, überragend. Ich glaube, das war eine geisteskranke Saison, die wir, die wir gespielt haben, die auch ich gespielt habe. Ähm, ja, keiner hat mit uns gerechnet. Ähm, hat ein ganz kleines Etat, wenn ich auch denke, zum Beispiel, ich bin, ich bin am ersten Tag hingekommen, bin am ersten Tag hingekommen, ähm, hab dann einfach, ja, meine Tasche dann gepackt, ich hatte noch so ein, zwei Sportsachen mit, und, ähm, komm in die Kabine rein, zum ersten Training, weil man kommt der erste Spieler mit, Ibrahimovic-Trikot. Ich denke, ich denke, du Dinger, wo bin ich gelandet, so, kriegen wir Trainingssachen? Das ist dieses so Kreisliga-Zähne. Ja, genau so ein Ding ist das. Komm mit Ibrahimovic-Trikot, ich weiß doch ganz genau, er sagt so, ja, komm, hier ist dein Platz und so. Ich sag, wo kriegen wir Klamotten und so, wo sind die Lüne? Ich meine, ja, kriegen wir vielleicht in zwei, drei Wochen, bis da, bis da, in unseren eigenen Sachen. Welches Trikot hättest du ausgepackt, wenn du könntest? Wenn ich könnte, ich hätte mein altes Ronaldinho-Trikot ausgepackt. Aber ich hatte da noch meine alten Pauli-Sachen dabei, deswegen hab ich, ähm, mit dem trainiert, aber, ja, war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr witzige Zeit. Und ich glaube, da hab ich auch wirklich zu schätzen gelernt, ähm, was für Bedingungen halt man im NLZ hat. Ich glaube, Leute, die nicht im NLZ spielen, ähm, ja, die einfach nur Fußball spielen, ich glaube, das ist was, was ganz, ganz Schönes. Und die Leute, die auch im NLZ spielen, die sollten das auch wirklich zu schätzen wissen, weil, das ist nicht überall gegeben. Und wenn ich auch denke, was wir für Bedingungen halt bei Lüneburg hatten, und trotzdem halt so eine Saison gespielt haben, ist das wirklich, ähm, was ganz, ganz Besonderes. Und was mich auch, ähm, für die weitere Karriere eigentlich auch sehr, sehr geprägt hat. Und die nächste Station war ja Osnabrück, ne? Mhm. Und wie kam es dazu? Ähm, ja, es lief eigentlich bei Lüneburg von Anfang der Saison richtig gut. Ich habe, glaube ich, auch in den ersten Spielen direkt richtig gut getroffen und so viele Tore gemacht, viele Vorlagen. und dementsprechend kamen auch, ähm, sehr, sehr viele Angebote sehr, sehr früh rein. Und, ja, ich glaube dann so Ende, Ende des Jahres kamen dann halt auch so die ersten Gespräche. Und wo für mich dann halt auch klar war, okay, es geht für mich nächstes Jahr in den Profibereich, ähm, ja, wenn alles ganz normal läuft. und ja, er hatte dann, ähm, die ersten Gespräche dann mit Osnabrück, auch mit anderen Drittligisten, auch Zweitligisten. Und, ähm, ja, das Gespräch mit dem damaligen Trainer Joe Enochs, ähm, lief richtig gut. Da habe ich auch gemerkt, so, okay, Occi, so, er hat Feuer für dich, so, er fühlt dich. Auch, wenn ich in meinen kleinen Verein spiele, ähm, er will alles aus mir rausholen. Ist so ein bisschen wieder das gleiche Thema wie bei Lüneburg, so, wenn du, wenn du dieses Vertrauen wahrscheinlich hast? Genau. Und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann weiß ich, okay, ich kann mich verbessern, ich kann mein Potenzial ausschöpfen und, ähm, ja, ich kann gute Leistung abbringen. Und dieses Gefühl war dann wieder gegeben, weshalb ich mich dann auch relativ früh dann für Osnabrück entschieden habe. Und, ja, dann noch die Saison mit Lüneburg zu Ende gespielt, haben noch die Klasse gehalten. Und, ja, dann ging es für mich los in den Profibereich. Sehr spannend. Ähm, wie ist das Gefühl, weil, grundsätzlich, Aaron hatte auch nur minimal was erzählt, Bremer Brücke. So, das, es muss doch auch was Besonderes für dich sein, vor allem, wenn du dann aus der Regionalliga kommst und dann, äh, so eine Station erstmal hast. Ja, wenn ich jetzt an Bremer Brücke denke, auch, die Stimmung, ich kriege wieder Gänsehaut. Ich glaube, mein erst Profispiel, ähm, war direkt Derby gegen Münster, aber in Münster, Stadion ausverkauft, so, ich für mich, ich kannte das gar nicht. War halt nur einmal bei Pauli im Kader und kannte es gar nicht so, vor, vor so einer Kulisse zu spielen, mit, ähm, ja, mit so einer Aufmerksamkeit, die das Spiel dann auch hatte. ähm, ja, Spiel glücklicherweise gewonnen, 1-0 und dann eine Woche später direkt gegen Duisburg gespielt, also nächstes Topspiel, dann das erste Mal für mich halt, äh, in der Bremer Brücke und die Stimmung, die da halt erzeugt wird, ist halt brutal. Du machst Wege mehr, weil du denkst, okay, die schreien dich so an, du musst laufen, weil wenn du nicht läufst, dann sind alle sauer. aber deswegen, also, die, die Stimmung da, auch was ich da für Spiele hatte, wenn ich zum Beispiel auch an das Rückspiel gegen Münster denke, wo wir 3-0 gewonnen haben und ich habe zwei Tore gemacht und brutal, also ganze Stadion, schreit deinen Namen, das ist, ja, verrückt. Gänsehaut. Gänsehaut. Man sieht ja auch, glaube ich, jetzt immer noch, was an der Bremer Brücke teilweise möglich ist, was sie im Pokal alles schon erreicht haben. Ich glaube, auch nachdem ich zu Bayern gegangen bin, haben die, glaube ich, ein, zwei Wochen später dann im Pokal gegen HSV gespielt. Bremer Brücke natürlich ausverkauft gewesen. Ich glaube, die kriegen nach zehn Minuten eine rote Karte. Ganze Stadion einfach weiter gepusht und zwischenzeitlich dann noch mit einem Mann weniger 3-0 in Führung gewesen. Total verankert. Der 3-1 gewonnen gegen einen Bundesligisten. Ich glaube, das sind, das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, das sind auch nur so Sachen, die dann in der Bremer Brücke passieren können. Das war ja wahrscheinlich aber auch wirklich historisch. Also das brutal, die Leistung, die sie da abgerissen haben. Das auf jeden Fall. Wie kam es dazu? Also grundsätzlich, wie lange hast du dann, war das ein Jahr bei Auslandbrück? Ein Jahr und dann noch in der neuen Saison drei, vier Spiele habe ich noch gespielt. Und dann kam das Angebot von Bayern 2. Ja, genau. War das so, dass du dich im Sommer schon umgeschaut hast oder dachtest du, du gehst erst mal wieder in die nächste Saison? Ja, die erste Saison lief ja eigentlich richtig gut für mich. Viele Spiele gemacht, ja auch oft getroffen, Vorlagen gemacht und hatte dann halt auch schon den Anspruch dann höher zu spielen. Ja, haben sich, haben uns umgeschaut und ja, kamen dann Angebote rein und ja, war dann halt so im Zwiespalt, soll ich, soll ich den Schritt machen, soll ich den Schritt nicht machen? Und ja, dann kam auf einmal das Angebot von Bayern rein. Auf, auf dem Papier, weil es war ja in dem Fall Bayern 2, richtig? Auf dem Papier ist es ja dann, wenn du in der dritten Liga gespielt hast, erst mal ein Rückschritt. Ja. Was hat dich so gecatcht? Also natürlich, logischerweise, Bayern ist ein Riesenname. Ist es auch so gewesen, als sie mit dir gesprochen haben, dass das Umfeld, also Trainingsmöglichkeiten allem drum und dran, was war so dieser ausschlaggebende Faktor? Ja, ich glaube, viele Faktoren haben eine Rolle gespielt. Auch die Trainingsbedingungen, die Gespräche halt mit dem Trainer, was er an mir gesehen hat, und ja, ich war dann auch halt sehr, sehr jung und habe halt die Möglichkeit dort gesehen, mich zu entwickeln. Und ich glaube, wenn ein Verein wie Bayern anklopft, dann kann man schwer Nein sagen. Und auch die Perspektive, die sie mir gegeben haben, war für mich auch eine, die schlüssig war. und ich wusste ja, okay, die haben bei den Profis halt nur einen Stürmer mit Lewandowski gehabt und sonst hatten die nichts. In der zweiten hatten die auch nichts und die meinten dann halt auch, es liegt an dir, wenn du die Leistung bringst, kannst du ganz schnell oben sein. Und ich dachte mir, ja, okay, auch wenn es sehr, sehr hart ist, es ist nicht unmöglich, es sind schon verrückte Dinge passiert, warum soll ich diesen Schritt nicht wagen? Und dann bin ich zum Entschluss gegangen, zum Entschluss gekommen, den Schritt dann zu wagen. Das heißt, dein Ziel war immer, ich möchte Nummer zwei hinter Lewandowski sein? Ja, das war auf jeden Fall so. Ich glaube, wenn du in einer U23 oder in einer zweiten Mannschaft spielst, dann ist schon langfristig dein Ziel, dich irgendwie oben ranzukämpfen, da Minuten zu bekommen oder sich oben zu etablieren. Und ja, bei Bayern ist es halt sehr, sehr schwer gewesen. Aber wenn ich jetzt so an die ersten Wochen denke, ich glaube, ich habe dann auch relativ früh dann mein Debüt bei den Profis gegeben und habe dann auch da gemerkt, okay, es geht doch schneller, als man eventuell denkt. Okay, wen war das Debüt? Das Debüt war gegen Leipzig im DFB-Pokal. Auch wenn ich jetzt... War das nicht da, wo du fast ein Tor gemacht hast? Ja, genau. Ich werde immer noch drauf angesprochen, heute noch. So dieses, oh, Tschi, hättest du dich reingemacht gegen Latte. Da wäre alles anders. Da wäre alles anders. Ja, aber auch wenn ich an das Spiel so zurückdenke, ich glaube, das war mein drittes Mal dann im Kader. Das erste Mal war, glaube ich, gegen Freiburg. Danach war gegen HSV. Da dachte ich mir auch schon, oh, okay, wenn ich da mein Debüt gegeben hätte gegen HSV, in Hamburg sogar noch, das wäre auch eine wahnsinnige Story gewesen. Aber ja, es kam dann gegen Leipzig. Ich glaube, ganz Deutschland hat zugeguckt. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ich werde immer noch drauf angesprochen, so hätte ich den da... Vielleicht kannst du für die Zuhörer, die das Spiel nicht im Kopf haben, kurz mal beschreiben, was war die Szene? Ja, ich glaube, ich gehe noch mal das ganze Spiel durch. Ja, war DFB-Pokal achte Finale, glaube ich, oder zweite Runde. Ja, gegen Leipzig, in Leipzig. Ich glaube, nach 90 Minuten 1-1. Und ja, ich war am Warmmachen. Ich dachte mir, ja, okay, ich weiß nicht, ob ich reinkomme oder nicht. Ich mache mich einfach so warm und wenn es kommt, dann kommt es einfach. Dann auf einmal sehe ich so, Co-Trainer ruft so, Otschi, Otschi. Und ich denke so, nein. Er ruft nochmal. Otschi, Otschi, komm, kommst jetzt rein. Ich denke so, was geht ab? Direkt zittrig. Ja, so, um mein Leben hingesprintet. Ich hatte Trinko und so schon an, weil dieses, normal, du musst immer ready sein und sowas. Ja, dann, ich komme rein. Ich glaube, dann, nach einer Minute, Pass bekommen von Javi Martinez, ich lasse klatschen. Kriege dann noch einen Ball. Auf einmal, ich sehe Alaba, er sagt, Otschi, komm, spiel mich an. Ich spiel ihn an. Ich denke mir danach, hat Alaba wirklich zu mir gesagt, Otschi, spiel mich an. Ich denke, okay, verrückt, was hier abgeht. Dann habe ich das irgendwie versucht, so gut es geht, einfach zu genießen und mein Bestes zu tun. Und dann, ja, die Situation, war dann in der Ecke und ja, eigentlich bin ich, obwohl ich relativ groß bin, nicht der Kopfballstärkste Spieler. Kam, glaube ich, die Ecke rein, dann von Kimmich. Ich steige hoch, bam, Kopfball gegen Latte und dann gegen Gulaschi, gegen seine Hand. Und ich denke mir, oh mein Gott, stell dir vor, ich wäre reingegangen. Ich denke, was geht ab? Also, Geist ist krank. So, hätte ich dieses Spiel entschieden, normal wäre vielleicht alles anders verlaufen, aber dieser Moment, einfach da reinzukommen, bei so einem wichtigen Spiel, wo ganz Deutschland drauf zuschaut, ist natürlich schon was auch, was ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Das glaube ich. Für alle Zuhörer, man muss es einmal kurz festhalten, für die, die es jetzt nicht als Videopodcast sehen, er hat gerade dermaßen emotional seine Augen zugehalten. Hast du das gesehen? Er hat diesen Moment so gelebt, also mit diesem Alaba, Otschi, schiebe ich an, schiebe ich an. Wirklich, so schön. Also für alle Fußballromantiker, es war gerade herrlich. Schaut auf YouTube oder so vorbei, schaut es euch nochmal an, wie er das gelebt hat, Otschi. Verrückt. Wirklich schön. Aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir werden ja gleich die Geschichte noch weitergehen. Du hättest die Geschichte auch dann natürlich anders geschrieben, aber so wie sie jetzt gekommen ist, wirst du dich wahrscheinlich auch nicht beschweren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr glücklich, auch im Moment, fühle mich sehr, sehr wohl. Ja, ich glaube, in der Karriere verlief es bisher eigentlich für mich eigentlich immer war relativ gut, ging relativ steil, auch wenn ich bedenke, dass ich noch bei Lüneburg gespielt habe und mich dann halt von Lüneburg dann so hoch gekämpft habe, bin ich schon sehr, sehr stolz darauf und auch die ganzen Momente, die ich dann erlebt habe, auch bei Bayern, bei den Profis in der U23, in der Nationalmannschaft, ich glaube, das sind Momente, die mir keiner nehmen kann und auch wenn die Geschichte eventuell anders verlaufen wäre, bin ich sehr, sehr glücklich, wie es jetzt verlaufen ist. Okay, wenn wir jetzt noch mal über Bayern reden, was waren so deine Highlights bei Bayern? Highlights? Du kannst ja auch gerne Top 3 oder so, kannst du es festhalten, wie du willst. Du hast ja jetzt natürlich mit Leipzig, mit dem Spiel gegen Leipzig schon einen vorgelegt. Ja, ich glaube, das war auch schon mit ein Highlight. Sonst, was ich noch nehmen würde, wäre, glaube ich, das Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg. Ja, wenn ich daran denke, Hinspiel, 3-1 verloren, eigentlich gefühlt keine Chance gehabt. Ja, Wolfsburg war viel besser, hätten vielleicht noch ein, zwei mehr machen können. Obwohl, wir sind eigentlich vorher ins Spiel reingegangen und dachten so, ja, okay, wir sind Bayern, leichte Schulter, wir machen die kurz weg und dann, alles gut, steigen wir auf. Da haben wir gemerkt, okay, Wolfsburg sind doch nicht so schlecht, können auch schon kicken. Auch wenn ich, ja, daran denke, zwei, drei Spieler aus der Mannschaft haben dann nach dem Spiel auch schon so geweint und waren relativ traurig, aber Großteil der Mannschaft meinte so, ja, okay, alles gut, 3-1 hinspiel, reichten 2-0 und wir sind in der dritten Liga. und wir wussten, ja, okay, wir sind zu allem entstande. Ich glaube, wichtig für uns war auch, in dem Jahr haben wir auch am Premier League Cup teilgenommen und da auch schon viele Spiele, viele K.O.-Spiele gehabt und auch Situationen gehabt, wo es aussichtslos war und die wir dann doch irgendwie immer gedreht haben und dadurch auch diese Mentalität, ja, erzeugt haben von wegen, egal wie es steht, egal welche Minute, es kann immer zu unseren Gunsten fallen und ich glaube, auch wenn du bei Bayern spielst, du hast dieses mir, es ist mir gehen, auch wenn Leute darüber lachen, du hast das drin, dass dieses Gewinner gehen, dass dieses Gewinner gehen, du hast es automatisch drin, dass dieses, egal, gegen wen du spielst, du weißt, du bist Bayern, heute gewinnt nur einer, nur Bayern und so sind wir dann auch ins Rückspiel gegangen. Ich glaube, wir lagen dann, wir sind richtig gut reingekommen, ersten fünf Minuten und so, schön Bälle gehabt, ein, zwei Chancen gehabt, dann leider ein Fehler gemacht, stand auf einmal 1-0 für die und du siehst die jubeln und sowas und unser Kapitän holt uns dann direkt ran. Wir waren dann halt im Kreis zusammen und da hast du halt auch gesehen, im Kreis, jeder pusht jeden, wir meinten so, ja, geil, jetzt müssen wir drei oder vier Tore schießen, aber wir sind Bayern, wir haben noch 80 Minuten Zeit, schaffen wir locker. Mia Samia. Das hieß Mia Samia gegen, wovon ich geredet habe. Dann, wir haben unser Ding weiterhin durchgezogen, dann du siehst, bam, 1-1, bam, 2-1 vor der Halbzeit. Wir denken, ja, okay, läuft so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann war Halbzeit und da hast du auch gesehen, dieses, jeder pusht jeden, jeder redet. du hast Leute gefühlt, die haben das ganze Jahr nicht geredet, weil die einfach so ruhig waren, weil du siehst dann in der Halbzeit, ja, da, da und so, das und das musst du machen und sowas. Da habe ich gemerkt, okay, jeder hat Bock und jeder hat Bock irgendwie, das Ruder hier rumzustoßen und, ja, irgendwie Bock auf Aufstieg. Kommen wir aus der Halbzeit raus, spielen unser Ding weiter, schießen wir das 3-1, denkst, okay, krass, auch Fans, Fans waren an diesem Tag auch unglaublich gewesen. Profis waren ja auch noch da, die hatten ja einen Tag vorher der DFB-Pokalfinale gehabt, haben das gewonnen, waren dann halt auch bei uns im Stadion, haben uns unterstützt. Hattet ihr, oder hattest du eine ganz gute Connection, zu denen? Ja, eigentlich schon, so während des Trainings hat man sich schon sehr, sehr gut verstanden eigentlich, kam mit jedem gut klar. Jetzt Kontakt habe ich eigentlich noch zu wenigen, zu Jerome Boateng habe ich noch Kontakt, das war es eigentlich. Aber ja, dann das 4-1 gemacht und da hast du gemerkt, alle drehen durch, selbst, meine Mutter war zuschauen und sie ist eigentlich immer relativ entspannt, wenn ich zuschaue und dann mein Kollege meinte auch, sie ist aufgesprungen, sie hat gejubelt und dann dachte ich auch, okay, krass, was hier abgeht, das ist was, was man auch nie im Leben vergessen wird und ja, dieser Tag auch, als er Schiedsrichter abgepfiffen hat und du gesehen hast, die ganzen Profis kommen runter, alle feiern, jeder liegt sich in den Armen, wir feiern gemeinsam, das war auch ein sehr, sehr schöner Moment. War wahrscheinlich einfach eine besondere Teamleistung, da war jetzt nicht so, dass man sagen kann, da war so der Difference Maker. Nee, ich glaube, das war einfach eine sehr, sehr gute Teamleistung, da brauchst du keinen hervorheben, jeder hat einfach sein ganzes Potenzial abgerufen und gezeigt, dass nur Bayern hier gewinnt und sonst keiner. Sehr cool. Hast du noch ein letztes Highlight oder würdest du sagen, das waren deine Top, einmal für Bayern 2 und einmal für erste Mannschaft? Ob ich noch ein Highlight habe? Du brauchst es dir nicht aus den Fingern ziehen. Nee, aber ja, ich glaube, Highlight an sich, das waren die ganzen Derbys gegen 1860, die eigentlich in den Jahren, wo wir da waren, beziehungsweise Derek und ich, weil wir gleich hingewechselt sind und gleich gegangen sind, dass diese Highlights gegen 1860, ich glaube, das waren halt immer besondere Spiele, immer vor ausverkauften Haus, auch wenn es für uns mal ein Auswärtsspiel war mit 12.060 Fans oder halt vor 12.000 Bayern-Fans, ich glaube, das war immer was Besonderes und auch generell die Derbysiege, das waren auch immer sehr, sehr schöne Momente. Kann ich mir gut vorstellen, das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei St. Pauli gegen HSV in der Jugend. Ja, genau. Das direkt Fokus. Nur Fokus, heute, du weißt, okay, heute ist Matchday, so das nicht chiller, das ist ernst, so. Jeder muss Gas geben, nicht 100%, 200%, damit die Farben dann in München rot sind und nicht blau. Ja, nice, okay, dann will ich noch mal etwas ansprechen. Derrick, er ist ja mäßig, sag ich mal, dein Partner, der hat ja auch danach zusammen gewechselt und was ist der für dich, also was bedeutet der für dich so als Spieler, als Mensch? Ja, ich glaube, als Mensch, ja, ein sehr, sehr guter Mensch, ist eigentlich wie mein kleiner Bruder, könnte ich alles anvertrauen, ich glaube, er könnte auch mir alles anvertrauen, wir haben sehr, sehr viel gemeinsam erlebt, Gutes und auch Schlechtes und ich glaube, Derrick war einer, auf den man immer zählen konnte und ja, wenn ich schlechte Momente hatte, war er für mich da, umgekehrt auch, deswegen, ich glaube, ja, ein sehr, sehr guter Freund, ja, ist er geworden in den, in den fünf Jahren, wo wir zusammengespielt haben und habt ihr, habt ihr häufiger mal München unsicher gemacht? Ab und zu mal, ab und zu mal, wir haben ja noch einen Freund, der jetzt auch in München lebt, David Ouse heißt der und ja, er hat uns auch, glaube ich, dass das Leben in München erleichtert, weil er halt schon ein, zwei Jahre vorher dort gewohnt hat, wir uns halt gar nicht in München auskannen, wir kamen ja beide aus Hamburg und München ist ja komplett anders wie Hamburg, kann es ja, sind ja eigentlich gefühlt zwei verschiedene Länder, ja, ganz, ganz andere Kultur, die dort vorherrscht und ja, er hat uns das Leben erleichtert, ich glaube, er war auch in der Zeit, in der wir bei Bayern waren, der treueste, der treueste Supporter, er war bei jedem Spiel da, auch wenn es gegen kleinere Mannschaften waren, in der Regionalliga oder halt die Derbys, er hat uns bei jedem Spiel unterstützt, ist immer mit seinem kleinen, mit seinem kleinen, mit seinem kleinen Sohn Shane gekommen, ich will so noch Shoutout an Shane sagen, hat er sich gewünscht, ja, war auf jeden Fall bei jedem Spiel da, hat uns unterstützt und uns auch das Leben in München, sag ich jetzt mal, erleichtert. Was bedeutet dir so Familie oder Freunde in dem Fall, das ist ja, wie du auch davon erzählst, ein besonderer Teil von dir oder auch für dich? Ja, auf jeden Fall alles, ich glaube, das Wichtigste für mich ist einfach, ja, die Familie, die Freunde stolz zu machen, einfach immer Leistung auf den Platz zu geben, dass die dann am Ende stolz auf einen sind und ja, die sind auch immer für mich da, ich glaube auch, ich kann auf meine Jungs immer zählen, die auch umgekehrt auf mich und wichtig ist halt auch bei meinen Jungs, dass sie, ja genau, dass sie mich jetzt nicht anders sehen, nur weil ich irgendwie Profi bin oder da und da mal gespielt habe, die sehen mich immer noch als den Otschi, der seit klein auf war, der einfach nur kicken wollte und einfach nur da war und da hat sich bei uns nichts geändert und deswegen tut einem wahrscheinlich auch verdammt gut, um auf dem Boden zu bleiben. Auf jeden Fall, besonders so, wenn man besondere Momente hat, wie zum Beispiel das Debüt gegen Leipzig, wo dann halt auch auf einmal Leute kommen und dich dann ganz anders sehen wie zuvor, obwohl ich mich eigentlich gar nicht verändert habe, sind das dann halt die Personen, die mich dann halt auf den Boden halten und ich halt gar nicht irgendwie auf die Idee komme, irgendwie abzuheben oder arrogant zu werden oder so. Deswegen, ich bin eigentlich immer noch der Otschi, der ich mein ganzes Leben lang war und ja, hoffe auch, dass es so bleiben wird. Mega. Dann wie gesagt, nochmal big shoutout. Big shoutout an die Jungs, an die Zübernde, an alle meine Jungs aus Hamburg, aus München, wie Dave zum Beispiel. Deswegen, große Shoutout geht raus. Sehr schön. Tschüss. Ja, Hisu hat es ja eben auch schon angerissen mit Derek, deinem Partner in Crime. Wann war das für euch so klar? Also wahrscheinlich war es ja auch so ein Hauptgrund, dass ihr gemerkt habt, okay, irgendwie geht es hier nicht mehr so weiter, wie wir es uns vorstellen. Es ist ja auch ein lustiger Zufall, dass ihr dann gleichzeitig gewechselt seid und zum gleichen Verein. Wie war das für dich? Wie war so die Entscheidungsfindung? Ja, ich glaube, wir haben ja drei Jahre bei Bayern gespielt zusammen. Wir haben gefühlt alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Ausstieg in die dritte Liga, Drittligameister gewonnen, Premier League Cup geholt, also war für uns eigentlich Transfermarktprofil ist voll, sozusagen. Komplett voll, voll mit Titeln, voll mit Titeln. Ich habe schon vorher nämlich noch kurz geguckt, auch deutscher Meister, ne? Zweimaliger deutscher Meister, ja genau. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Ja, ich glaube, für uns war eigentlich so, die Mission zu Ende. Wir haben einfach beide bei uns gemerkt, die Chance bei den Profis ist einfach nicht so gegeben. Ja, und in der zweiten Mannschaft konntest du ja nicht mehr aufsteigen. Das heißt, ja, unser Weg war eigentlich damit so ein bisschen zu Ende. Und wir wollten uns dann halt auch beide auf höherem Niveau dann halt auch repräsentieren, dort halt auch regelmäßige Einsätze haben. Und, ja, ich glaube, wie wir beide dann zum Wechsel gekommen sind, war auch ein bisschen lustig, weil das war gar nicht abgesprochen oder so. Ich glaube, das war dann irgendwann im Dezember, wo wir dann so geredet haben, ja okay, weil bei uns beide die Verträge ausliefen. Und so, ja okay, weißt du schon, was du machst und so? Meinst du, ja, ich weiß es nicht, ich habe vielleicht ein, zwei Sachen und so, eventuell Willem Tilburg. Ich so, oh, ehrlich? Ich habe auch so das Gefühl, dass ich eventuell den Schritt dahin mache. Oh, ehrlich? Dann war ich auch so, oh, krank. Dann haben wir auch so ein bisschen darüber geredet und meinten dann, ja okay, wenn es dann so passt, dann ziehen wir es dann halt zusammen durch. Das ist ja auch für uns einfacher. Und ja, Willem Tilburg war dann zu der Zeit, waren die auch glaube ich Fünfter und ja, auch für die Europa League Quali qualifiziert und das war dann halt der nächste Schritt, den wir in uns gesehen haben. Hat sich irgendetwas grundlegend verändert? Es ist ja ein Schritt ins Ausland, Sprachbarriere vielleicht zum Teil, Trainingsbedingungen, nimm uns vielleicht da nochmal mit, weil die nächste Station ist ja dann wieder auf deutschem Boden. Wie verändert sich das in der Eredivisie zu spielen? Ja, ich glaube, dass generell ein anderer Fußball, der dort gespielt wird, da wird einfach viel mehr auf Technik gelegt, technisch, das alles technisch versiert. Da geht es rauf und runter. Ich glaube, für Offensivspieler ist das immer gut, wenn du dann viele Chancen hast und das ist auf jeden Fall in der Eredivisie gegeben. Und ja, auch generell die Sprachbarriere. Klar, du bist das erste Mal im Ausland, ist auch für dich was ganz Neues. Mit dem Holländisch musst du auch erstmal klarkommen, auch wenn das mit dem Deutsch relativ ähnlich ist, aber es braucht alles natürlich schon seine Zeit und ja, generell die... Vielleicht noch, weil du es gerade angerissen hast. Ja. Wie ist dein Dutch? Wir hatten eine erste Folge. Ja, man hat auch einmal gesagt, hau mal einen Satz raus. Oder allgemein, wie ratest du so dein Flieger? Also verstehen tue ich alles. Easy. 10 von 10. Oder sagen wir 9 von 10. Auf dem fast Muttersprachler. Auf dem fast Muttersprachler. Reden ist eigentlich auch gut. Ich sage 7 von 10. Also hört sich von der Selbsteinschätzung schon mal besser an als DK27. Das ist auch nicht schwer. Ich war ja mit ihm im holländischen Unterricht und ja er hat teilgenommen, sage ich jetzt mal. Er hat teilgenommen. Nein, aber das heißt Skala 1, also Noten 1 bis 6 war er so ein 4 ausreichend oder war es schon mangelhaft? Nein, mangelhaft war es nicht. Ich glaube, wenn er will, kann er. Aber er will einfach nicht. Deswegen würde ich einfach sagen so ja 3 minus 3 minus 3 minus Also wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr da sitzt? Wart ihr nur zu zweit? Wer saß da noch? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Hizmo und ich sitzen dort und dann ist da nur eine Lehrerin und versucht uns irgendwie das nachts. Plus bei uns war ja noch John dabei. John Jeboah. Und diese Kombi, wir drei. Das geht gar nicht. Eigentlich war auch noch dabei, Gürken Salom und Mats Köhler und halt wir fünf Deutschen so mit einem Lehrer. Das war eigentlich nur das war nur witzig. So irgendeiner spricht irgendwas falsch aus. Du siehst, die anderen vier lachen komplett. Das ist wie dieses früher in Schule, wenn man Präsentationen halten hat und dann die ganzen Jungs hinten in der Reihe sitzen. Genau so war das. Also war schon eine sehr, sehr lustige Zeit. Aber wir haben trotzdem irgendwie das alle gut hinbekommen mit dem Holländisch. Außer Derek dann? Nein, Derek ist auch okay. Er versteht ja auch alles und sprechen ist ja auch ganz okay. Wir haben es eigentlich alle gut hinbekommen und ja, ich glaube, mein Holländisch ist eigentlich ganz gut. So, dann noch einmal was für die holländischen Fans, falls welche zuhören aus Tilburg. Ja, ich kann auch in Niederlanden praten, als ich will. Ja, ich denke, mein Niederland ist gut. Das ist sehr gut. Sehr schön. Auch dieses aus Rachen so ein bisschen. Ja, man muss ja ein bisschen. Die reden ja hier nur aus Rachen. Deswegen musst du auch, das musst du ein bisschen trainieren. Aber ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich hatte dich eben unterbrochen, als du noch weitersprechen wolltest über das, über die Situation bei Willem Tvei, wie sich das so ein bisschen verändert hatte. Du hattest ja gesagt, spielst du in der ganzen Liga schon offensiver beziehungsweise immer hin und her. Wie war das bei Willem Tvei selber? Wenn man von Bayern kommt, ist man wahrscheinlich etwas mehr verwöhnt. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, ich glaube, bei Bayern war einfach alles groß. Medienrummel war eigentlich immer gegeben und da war es einfach alles ein Stück weit ein bisschen kleiner. Ist ein sehr, sehr familiärer Verein mit einer richtig guten Fanbase, wenn ich auch an unsere Heimspiele denke. immer sehr, sehr gute Stimmung gewesen. Ja, deswegen war es eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich. War ja eineinhalb Jahre dort. Ja, verlief für mich dann auch am Anfang ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich bin hergekommen zu Willem. Vorbereitung lief richtig gut. gut performt und dann leider im letzten Testspiel mir den Mittelfußbruch zugezogen. War dann dreieinhalb Monate raus. Ja, OP und das Ganze drum und dran gehabt. War für mich dann auch halt das erste Mal. Gab es nach deiner St. Pauli Außenbandverletzung keine weiteren? Das war die einzige Verletzung, die ich hatte. Danach war ich fünf Jahre eigentlich immer komplett fit, habe jedes Spiel gemacht. Und dann halt so eine schwere Verletzung sich zugezogen. Dann halt noch in einem anderen Land, weit weg von der Familie, plus Corona. Ja, war schwierig. Was hat das mit dir gemacht? Emotional? Also wie hast du dich da irgendwie auf Trab gehalten, dass du stark bleibst? Ja, durch Freunde auf jeden Fall. Ich glaube, meine Jungs haben mich jeden Tag, wir haben auch FaceTime telefoniert. Deswegen, der Kontakt ist eigentlich nie abgerissen. Die Jungs aus der Mannschaft auch. Wir hatten ja so eine deutsche Clique. Es waren ja insgesamt fünf, teilweise sechs Deutsche in einer Mannschaft und die haben mich dann halt auch natürlich unterstützt. Und deswegen konnte ich auch mental eigentlich stark bleiben. Ja, genau, und dann bin ich wieder fit geworden, drei, vier Spiele gemacht und ja, dann Trainerentlassung gehabt. Hatte ich in der Form auch noch nie. In den Stationen, wo ich eigentlich immer gespielt habe, hatte ich immer nur einen Trainer. Und ja, dann so eine Trainerentlassung ist dann halt auch was Neues, wenn der andere Trainer dann eine neue Spielphilosophie reinbringt. Und ja, haben dann noch die Klasse gehalten, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, haben da noch die Klasse gehalten. Auch mit Hilfe unserer Fans, auch wenn ich an unser letztes Spiel denke, war ein Heimspiel gegen Sittat und das war ja noch ein Geisterspiel, aber da waren glaube ich drei, viertausend Fans einfach vor dem Stadion und haben Stimmung gemacht und auch wie wir empfangen worden sind, crazy. Also wenn ich auch daran denke, so wir fahren mit dem Bus da rein ins Stadion und alle Fans machen Pyro da, schreien rum, singen und pushen uns, das hat uns auch nochmal glaube ich die letzten Prozentpunkte gegeben, um das Unmögliche zu der Zeit noch möglich zu machen, den Klub in der Liga zu halten. Und ja, in das zweite Jahr dann auch sehr, sehr gut eigentlich reingekommen, ich glaube wir waren die ersten sechs, sieben Spiele umgeschlagen, haben nur das erste Spiel verloren, danach eigentlich fast alles gewonnen, auch gegen PSV Eindhoven gewonnen, die zu der Zeit eigentlich alles in der Liga rasiert haben, mit Spielern wie Mario Götze in der Startelf und wir als kleiner Verein schaffen es einfach den Klub zu besiegen, war auch ein super Moment, ich glaube auch eines der schönsten Momente, die ich bei Wilhelm hatte und dann lief es leider für uns ein bisschen schlechter und ja, dann kam damals dann das Angebot von Kiel rein im Winter. Das war dann in deinem zweiten Jahr? Genau, das wäre mein zweites Jahr gewesen, also ich war eineinhalb Jahre dort, kam dann halt letzten Winter das Angebot von Kiel und ja, für mich war das dann halt auch ein Schritt, den ich dann halt zu der Zeit wahrnehmen wollte, weil viele positive Faktoren eine Rolle gespielt haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ist es für einen im Winter zu wechseln? Es ist ja schon ein bisschen anders, als wenn du jetzt eine ganze Sommervorbereitung dann auch bei einem Verein mitmachst. Bist du da ganz gut reingekommen bei Kiel? Ja, für mich war es auch am Anfang komisch, weil es mein erster Wechsel im Winter war. Ich bin da angekommen, ich glaube direkt zwei Tage später war das erste Spiel in Regensburg und ja, ich hatte das Glück, dass ich schon ein paar aus der Mannschaft kannte. Einer meiner besten Freunde spielt ja dort oder hat mit mir dort zusammengespielt, Ahmet Arslan. Fiete Arp kannte ich ja schon aus Bayern-Zeiten. Den damaligen Co-Trainer Fabian Boll kannte ich auch schon aus meiner Zeit. Guter Bekannter bei Pauli? Ja, sehr, sehr guter Bekannter bei Pauli. Kannte ich auch schon. Und Arslan kanntest du Hamburger Ausfall oder wo kam? Nee, Osnabrück. Ah, Osnabrück. Das ist ein älterer Jahrgang wahrscheinlich, oder? Oder seid ihr gleicher Jahrgang? Gleicher, gleicher Jahrgang. Und wir sind damals zu Osnabrück zusammen hingewechselt und haben auch ich glaube jede Minute zusammen verbracht und ja, sind seitdem auch sehr, sehr gut befreundet. Ja, Grüße gehen raus auch an Arslan. Jetzt bei Dynamo, ne? Genau, spielt jetzt bei Dynamo Dresden. Mit Christian zusammen viel Glück auf jeden Fall. Viel Glück. Ich glaube, die spielen ja auch gegen Stuttgart jetzt im DFB-Pokal. Hoffentlich kommen die eine Runde weiter, weil wir wollen ja auch eine Runde weiterkommen und das wäre ja auch sehr, sehr witzig, wenn wir dann auf einmal nochmal gegeneinander spielen. 100 Prozent, dass wir, also solche Spiele sind ja auch noch besonders. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man gegen Freunde spielt, dann kommt wahrscheinlich ein riesen Freundeskreis zusammen. Das auf jeden Fall. Dann wird getrashed auch. Aber ja, grundsätzlich, wie du dann reinkamst, ne? Also, was denkst du, ist so die größte Veränderung gewesen, in der zweiten Liga dann zu spielen? Ja, ich glaube, die zweite Liga ist eine sehr, sehr besondere Liga. Ich glaube, das ist eine Liga, wo jeder gefühlt jeden schlagen kann. Die Spiele sind immer sehr, sehr eng. Kleinigkeiten können sehr, sehr viel entscheiden. Und jetzt das halbe Jahr, wo ich jetzt in der zweiten Liga gespielt habe, habe ich auch selber erfahren können, was für Kleinigkeiten über Sieg, Unentschieden oder Niederlage entscheiden können. Das ist echt brutal. Also, jede Mannschaft ist gefühlt auf einem Niveau. Ich glaube, man kann schwer ausmachen, wer irgendwie vielleicht aufsteigt, wer absteigt, wer spielt wo und wo oben mit. Ich glaube, da hängen viele Kleinigkeiten mit zusammen. Würdest du sagen, die zweite Liga ist nochmal anspruchsvoller als jetzt die erste holländische? Oder würdest du sagen, das ist so ein bisschen break-even? Ja, ich glaube, das ist, obwohl es anders ist, weil die ja den Fußball, sag ich jetzt mal, ein wenig anders sehen oder eine andere Fußballkultur in Holland haben, mit dem eher technisch versierten, mit dem eher, wir denken, eher offensiv als defensiv, ist es schon anders im Vergleich zur zweiten Liga. Aber ich glaube, ich würde das Niveau schon als ähnlich beschreiben. Wir haben jetzt sehr, sehr viel von deiner Karriere gehört und was wären so deine Highlights, drei Highlights von deiner bisherigen Karriere? Also was würdest du? Auf jeden Fall Platz 1 WM-Quali-Spiele mit Ghana gegen Nigeria, weil diese Stimmung, die da war, diese Wichtigkeit, das war, glaube ich, das war, glaube ich, was gar nichts tocken kann. Dann Platz 2 für mich das Spiel gegen HSV mit Holstein Kiel. Ja, auch als ehemaliger St. Pauli-Spieler beziehungsweise als Hamburger Jung gegen HSV zu treffen, ist immer was Besonderes. Und halt noch gegen den großen HSV das Spiel noch zu gewinnen und da der entscheidende Mann zu sein ist auch ein sehr, sehr besonderer Moment für mich gewesen zu der Zeit. Und Platz 3 würde ich höchstwahrscheinlich das Spiel gegen Leipzig nehmen mit Bayern. Ich würde sagen, sehr gute Auswahl. Spiel gegen HSV habe ich auch noch eine Frage. Grundsätzlich wie ist es, wenn man gegen den großen HSV spielst, dieses Underdog-Mentalität beflügelt das ein? Macht es das einfacher in solchen Spielen? Oder hat man erstmal Respekt, wenn man nur so sieht, okay, ich spiele jetzt gegen Person XY. Das wird ganz schön schwer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich heute score so ungefähr. Ich glaube, wenn du in ein Spiel reingehen kannst und sagen kannst, okay, heute habe ich nichts zu verlieren, dann kann ich eigentlich schon von behaupten, dass man Befreite aufspielt, weil man sich irgendwie alles trauen kann. Weil jeder eigentlich damit rechnet, dass du dieses Spiel verlierst, beziehungsweise dass der HSV das Spiel gewinnt und du nichts zu verlieren hast. Und wenn du dann halt noch mehr Gas gibst und das Spiel dann gewinnst, bist du dann halt umso froher und umso stolzer dann halt das gefühlte Unmögliche möglich zu machen. Und ja, die Stimmung auch im Stadion nach dem Spiel vor ausverkauften Haus war wirklich unglaublich. Wir sind uns alle in den Armen gelegen. Für mich war es auch natürlich was Besonderes gegen den HSV. Es war mein erstes Spiel gegen den HSV halt im Profibereich und das dann halt noch so erfolgreich bestreiten zu können war natürlich auch ein sehr, sehr schöner Moment. Kann ich mir vorstellen. Okay, und deine Top 3 Mitspieler, die du zusammen gespielt hast? Du hast ja eben gerade schon Highlights genannt. Top 3 Mitspieler? Würde ich auf jeden Fall auch Derrick auch Derrick Köhn nehmen? Auf welche denn drei Positionen? Aber du musst nicht, ne? Ich muss gerade schauen, weil ich muss doch überlegen, welche anderen zwei ich nehme. Also Bronze hat er aber schon mal safe. Ja, Bronze hat er schon mal safe, weil ich glaube, ich habe ihm auch sehr, sehr viel zu verdanken, weil er mir sehr, sehr viel vorbereitet hat in der Zeit bei Bayern. Ja, ich glaube auch, wenn man ihn jetzt bei Hannover sieht, zu was für einer Leistung er imstande ist. Ja, ich glaube, er kann sogar noch mehr und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er explodiert und dann halt auch wirklich alle sehen, zu was er eigentlich imstande ist. Ja, überragender Linksverteidiger mit so viel Offensivdrang. Ich glaube, gefühlt bei Bayern war eigentlich Linksverteidiger, aber hat immer links neben mir gechillt, links mit dem Feld. Und ja, überragende Flanken, Freistöße, sein linker Fuß ist, glaube ich, ein Geschenk Gottes. Eine Waffe. Ja, eine Waffe. Warum brauchst du Waffenschein für? Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Neidisch drauf. Ja, überragender Spieler. Wen ich noch nehmen würde, wäre, glaube ich, Wo Jong-Yong von Freiburg jetzt. Haben jetzt auch eineinhalb Jahre insgesamt bei Bayern zusammengespielt und ja, auch ein Spieler mit einer überragenden Technik gewesen. Hatte gefühlt eine Lunge für zwei Menschen, ist gefühlt neun Minuten nur gesprintet. Also verrückt, auch beidfüßig, ja, hat mir auch sehr, sehr viel aufgelegt in der Zeit, auch sehr, sehr viele Tore geschossen und auch ein herzensguter Mensch gewesen, sind immer noch gut im Kontakt und ja, spielen ja auch hoffentlich dann in der WM gegeneinander, Südkorea gegen Ghana, da freuen wir uns auch schon drauf. Ja, auf jeden Fall auch ein überragender Spieler gewesen. Wen ich noch nehmen würde, schwierig, wenn ich einen nehme, dann sind vielleicht andere Sau, weil ich die nicht genommen habe und so weiter. Also du musst auch nicht ranken, ne? Du musst niemanden ranken. Ja, ich rank auch nicht, weil sonst habe ich Streit danach, save. Wie würde ich noch nehmen? Ich glaube, würde ich noch einen aus meiner aktuellen Mannschaft nehmen, Fabian Reese. Dein Torjubel-Kollege? Mein Torjubel-Kollege. Ja, auch ein überragender Spieler, der die linke Seite bei uns richtig parkert. Überragend im 1 gegen 1, super, super rechten Fuß, super linken Fuß, auch ein herzensguter Mensch, wo du weißt, der geht auf den Platz und der gibt sein Leben auf den Platz. Das ist jetzt nicht irgendwie einer, der mal chillt, sag ich jetzt mal, sondern der ist immer auf Spannung, auch im Training. Wenn er ein Trainingsspiel verliert, der dreht direkt durch und sowas. Aber ich glaube, das sind Spieler, die jeder in der Mannschaft braucht und bin auch sehr, sehr froh, mit ihnen zusammen zu spielen. Ich würde sagen, gute Top 3, gefällt uns schon mal. Du hast eben schon angerissen, es steht ja noch ein großes Event dieses Jahr aus. Wir haben schon über die Quali geredet, mir ist natürlich klar, du kannst über Themen, Nominierungen etc. noch nicht viel erzählen. Was ist aber so deine innere Stimmung? Wie heiß bist du? Du hast es ja schon angerissen. Es ist glaube ich das Event, wo jeder Fußballer neben Champions League irgendwie so drauf hinfiebert. Nimm uns da noch mal ein bisschen mit in deinen Kopf. Also ich bin schon richtig heiß, kann es kaum abwarten. Ich glaube schon, auf dem Spiel, auf dem Spielfeld, direkt nach dem Spiel, haben Kofi, Kofi Chere, und ich uns angeguckt und wir meinten so, wir sind einfach bei der WM. Was geht ab? Wir haben da schon gedacht, oh mein Gott, was geht ab? Also es ist schon ein brutales Gefühl, eventuell dabei sein zu können. Auch als ich die Auslosung gesehen habe und ich gesehen habe, ich glaube, wir haben die damals sogar mit Holstein-Kirche gemeinsam geguckt und wir dann gesehen haben, dass wir gegen Portugal, gegen Uruguay, gegen Südkorea spielen. Ich glaube, das sind sehr, sehr starke Gegner, aber wir rechnen uns da schon unsere Chancen aus und sind natürlich schon sehr, sehr heiß drauf, unser Land vertreten zu können. Auch wenn ich daran denke, wie die Stimmung bei uns im Land war nach dem Erreichen der WM. Brutal, also Leute haben uns abgefeiert, die haben teilweise geweint vor Freude auf der Straße, wo du da dachtest, okay, wir spielen eigentlich nur Fußball, aber das ist so wichtig für die einfach dabei zu sein, dass es eigentlich schon so, ja, du hast so viel Stolz in dir und das ist, ja, eigentlich die Momente so, wofür man eigentlich Fußball spielt, so. auch als ich dann wieder hier zurückgekommen bin und, ja, Leute mir beglückwünscht haben, teilweise immer noch, das sind dann halt auch so schöne Momente, die Leute natürlich auch schon pushen und, ja, ich bin sehr, sehr heiß drauf, kann es kaum abwarten, im November geht es los, ja, ich glaube. Bis wann kriegst du da Info eigentlich bezüglich des Kaders? Weißt du das schon? Ich glaube, das wird um Ende Oktober, glaube ich, sein, wo dann halt die Nominierungen stattfinden werden. Wir haben bis dahin halt auch noch ein paar Länderspiele im September und Oktober, Quali-Spiele, ja, und ich versuche jetzt einfach auch jedes Spiel, jede Trainingseinheit zu nutzen, um mich dann halt auch für den Kader präsentieren zu können. Damit du dann im November gegen Christian Ronaldo dann im Kopf trägt. Nicht mal Christian Ronaldo, Bruder, Uruguay, Bruder. Uruguay. Jungs, bitte. Das auch, so viele meint Uruguay, gegen Uruguay, müssen besonders ernst spielen, weil dieser Herzschmerz, auch, ich merke, 2010, Viertelfinale, ich glaube, ich war mit meinen Jungs im Heiligen Geisfeld und, ja, nach dem Ausscheiden, ich habe einfach geweint, also so, ich habe einfach geheult, weil ich dachte mir, wir waren so nah dran, so nah dran, am Halbfinale, was dann nie eine afrikanische Mannschaft erreicht hat und das wurde uns einfach weggenommen. Deswegen ist das schon, ja, das, was immer noch weh tut, wenn ich so daran denke. Ich glaube, sogar vor ein, zwei Wochen habe ich sogar noch mal die Highlights gesehen, per Zufall, irgendwie auf TikTok oder so. Da dachte ich mir auch, nein, das kann nicht wahr sein, so, wir müssen uns rächen. Deswegen, ja, ich bin schon sehr, sehr heiß drauf, versuche, jedes Spiel Gas zu geben, mich zu präsentieren, gute Leistung abzuliefern, um dann halt auch im November dabei zu sein. Ich muss die Frage noch mal jetzt kurz rüber an Hiswish stellen. Natürlich spielst du einen Sport, wo, glaube ich, in Ghana jetzt keine Nationalmannschaft noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wenn du könntest, was denkst du, was würde das für dich bedeuten? Ich sage so, wäre ich Trainer oder Spieler, gar nicht, wäre ich da, wird mit Uruguay gespielt, ich wäre, egal, guck mal, ich bin nächstes Verteidiger, ich wäre einfach nach vorne gelaufen, ich wäre einfach nach vorne gelaufen, wäre zu Surrey, hätte ich einfach gegrätscht. Ich hätte diese rote Karte, ich hätte schieben gesagt, gib mir rote Karte, gib mir ich. Oh, Bruder. Als ich das gesehen habe, dass wir mit Uruguay in einer Tabelle sind, ich habe mich richtig gefreut. Ich habe gesehen, was für gute Jungs wir haben jetzt, also ein Ghana-Team und also ist auf jeden Fall machbar und auch gegen Portugal. Also ich sage, es ist machbar, weil wir ja auch beim Ranking irgendwie auf dem letzten Platz sind. Sogar unter Katar werden wir eingeschätzt und ich denke mir, hä? Das ist frech. Ja, und wenn du auch unser Kader siehst, dann denkst du, wie, 60er Platz. Also dann auf dem Heiligen Geistfeld rockst du dann mit Otschis Trikot oder was? Ich bin live da. Ich bin live vor Ort. Das fühle ich. Ich bin live vor Ort. Wenn mein Jungs sagt, ey, ich bin live vor Ort, 100%. 100%? 100%. Okay, gibt es auch noch ein Ticket für mich? Okay, das war gerade. Das hat jetzt alles gesagt, ich bin nicht dabei. Katar, du bist ja doch jetzt. 100%, Bruder. Bruder, Spaß. Ich gönne noch vor Herzen. Aber Otschi, wir wünschen dir wirklich nur ganz viel Erfolg, Digga. Ich würde es mir wirklich vom Herzen für dich einfach wünschen, dass du einerseits nominiert bist und dass ihr da auch erfolgreich ausgeht. Dankeschön. Wir sind ja doch schon sehr fortgeschritten in der Folge. Vielleicht noch ganz kurz zur Zukunft. Du bist ja aktuell etwas angeschlagen. Rückenprobleme, glaube ich, soweit ich weiß. Wie geht es da weiter? Also wann wirst du einsteigen und was denkst du über die Saison? Ja, zum Glück geht es mir wieder besser beziehungsweise mir geht es wieder ganz gut. Bin komplett schmerzfrei. Konnte seit gestern wieder ganz normal trainieren mit der Mannschaft. Ja, hoffe dann auch, dass ich so schnell wie möglich wieder im Kader bin und wieder auch Einsatzminuten bekomme, um der Mannschaft halt helfen zu können. Und ja, was mir ausrechnet für die Saison, ja, ich glaube, dass eine Saison mit vielen Mannschaften beziehungsweise in der Liga mit vielen Mannschaften, die auf ähnlichem Niveau agieren. Jede Mannschaft rechnet sich da irgendwo ihre Chancen aus. Ja, für uns, wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden als letzte Saison. Ich glaube, letzte Saison waren wir neunter. Wollen auf jeden Fall besser abschneiden. Ich glaube, wir haben auch den Kader dafür, um das Ziel zu erreichen. Ja, haben jetzt die ersten zwei Spiele gespielt. zwei Punkte geholt, haben uns eventuell auch ein bisschen mehr erhofft, aber die Saison ist noch lang. Wir wollen jetzt auf jeden Fall Gas geben und dann auch gute Leistungen zeigen, dass wir schnell viele Punkte holen. Sehr cool. Ich glaube, da ist auch viel drin dieses Jahr in der zweiten Liga. Da sind ja, letztes Jahr waren noch ein paar, ich sag mal, größere Namen drin. Wir müssen, denke ich, noch für die Zuhörer auf jeden Fall erwähnen, wir sind jetzt gerade vor dem DFB-Pokalspiel erste Runde, deswegen ist es noch ein bisschen Zeit, bis die Nationalmannschafts- Nominierung sozusagen aussteht. Hast du noch einiges Zeit, um dich zu beweisen beziehungsweise hast du dich auch schon ein bisschen bewiesen. Ich würde sagen, unsere letzte Frage, die immer Bestandteil unseres Podcasts ist, was hat dich am meisten inspiriert in deiner Vergangenheit? Können auch Idole sein, etc.? Und was möchtest du vor allem den anderen Athletinnen draußen so mitgeben als Botschaft? Ja, ich glaube, vieles hat mich inspiriert, auf jeden Fall meine Familie, wenn ich denke, ja, wir hatten es auch nicht immer ganz einfach, meine Mutter hatte drei Jobs, zwei oder drei Jobs, hat jeden Tag hart gearbeitet, nur, dass sie den Mitgliedsbeitrag bei mir bezahlen konnte bei SC Hamm, das sind so Sachen, wofür ich ihr auch sehr, sehr dankbar bin. Ja, ich glaube, sie ist alles für mich im Leben wirklich eine Inspiration, dass man auch mit wenigen Möglichkeiten sehr, sehr viel erreichen kann und ja, wenn ich jetzt auch sehe, wie stolz sie teilweise auf mich ist, weil es bei mir im Fußball so gut läuft, sind das dann halt auch so Momente, für die ich einfach auch Fußball spiele. und ja, wenn ich jetzt ans Fußballerische denke, gab es natürlich schon früher in meiner Kindheit Idole, wie zum Beispiel Ronaldinho, wo ich gedacht habe, ja okay, ich habe seine YouTube-Videos angeguckt und dachte mir, okay, ich will genauso sein wie er. Ja, ich meine, also Ronaldinho ist schon Stammgast bei uns. Komplett. Ich bin auf den Fußballplatz gegangen, ich habe geschossen, ich habe gesagt, oh Ronaldinho, also so, ja, das ist auf jeden Fall mit einem Spieler gewesen, ich glaube, der mich so gecatcht hat und mir auch gezeigt hat, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man immer Spaß am Fußball hat und ja, das war auf jeden Fall, wenn ich an Fußballer denke, mein Idol und ja, was ich den Zuhörern noch sagen kann, ist auf jeden Fall, man sollte immer Gas geben und an seinen Träuben glauben, was auch ganz wichtig ist, auch wenn es mal schlecht läuft, es kann immer bergauf gehen, man sollte nie aufgeben, ich glaube, an meinem Beispiel kann man das auch festmachen, der Weg eigentlich war bei mir fast zu Ende bei Pauli, aber dennoch über die Station Lüneburg habe ich das irgendwie dann noch in den Profibereich geschafft. Sehr steile Achterbahn. Ja, es geht immer rauf und runter, aber ich glaube, wenn man alles dafür tut, sein Ziel zu erreichen, dann kann man auch wirklich viel erreichen und das ist das Wichtigste. Sehr schön. Ich will jetzt auch gar nicht so ein bisschen diese inspirierende Stimmung kaputt machen, aber ist mit uns es fast etwas hätten wir vergessen. Wir haben nämlich noch, du hast diesen einen Mitspieler auch schon genannt, haben wir zwei Fragen mitgebracht und wir sind gespannt auf deine Reaktion. Ochi, mein Freund. Natürlich weißt du, wer hier ist. I'm gar crazy. Erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht und du bald wieder auf dem Platz stehst. Trotzdem wollte ich mal fragen als erstes, was du denn immer so am besten fandst von dem Pre-Match-Meal damals bei Willem Tway. Erzähl doch mal, Budi. Bevor wir die Folge beenden, müssen wir diese Frage und die nächste 100% noch beantworten. weil das ist auch crazy. Das ist echt MK crazy, was da abgeht. MK crazy. Genau, Mats Köhlert, haben eineinhalb Jahre bei Willem zusammengespielt. Ich glaube, wenn man sein ganzes Leben lang in Deutschland spielt und alles immer so akkurat abläuft, was das Thema Ernährung angeht, keine Ahnung, vor dem Spiel du isst deine Nudeln, du isst dein Reis mit Hähnzchen oder Fleisch und dann kommst du nach Holland und ich weiß noch, glaube ich, ersten Tag vor dem ersten Testspiel, wir chillen da so, Derek und ich, für uns war das ja neu, auf einmal wir sehen Fangkuchen. Ich denke so, hä, wie Fangkuchen, wo sind wir? Du siehst so, okay, Spieler nehmen sich hier in einem Komplett-Sirup und so, machen drum und so, wir denken, hä, wo sind wir gelandet? Ich dachte, hier ist Serious und so, Europa League. Das ist wieder das gleiche wie mit Lüneburg und Ibrahimovic. Ja, genau so, so Derek und ich, wir gucken, und ich denke, was, was ist los? Also diese Fangkuchen, die die da in Holland essen, das für mich ehrlich zu krass. Da haben wir auch so mit Spielern geredet, für uns, für uns war es einfach komisch. Haben wir so mit denen geredet und meinten dann so, warum eigentlich immer Fangkuchen und so, habt ihr da nicht so Bauchschmerzen oder danach, wenn ihr danach spielt? Sagt Eis-Kalt-Einspieler, er meint so, wenn ich Nudeln und so esse, das tut mir nicht gut, ich brauche meinen Fangkuchen, ich mag das, wenn das in meinem Bauch ist und so, das sieht mir die Kraft. Das meint mir auch so, ja, aber du weißt schon, wenn du irgendwann mal so woanders spielst, dann hast du ein Problem, ne? und dann meint, nein, alles gut, dann mache ich mir meine Fangkuchen einfach selber. Also, ja, ist krass. Das mit den Pre-Match-Meals, da ist auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Ja, aber das ist einfach die holländische Kultur, sage ich jetzt mal, es gehört einfach bei denen dazu. Schön mit Schokostreuseln drauf. Mit Schokostreuseln, alles. Also, ich habe alles gesehen, da. Alles probiert? Nein, er probiert nicht, weil ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich da jetzt einfach Fangkuchen vor dem Spiel reinhaue, dann würde ich mir auch denken, ey, du bist, nein, du bist, das ist zu krass. Deswegen, also, ich habe alles gesehen, auch Leute essen einfach Brot mit Schokostreuseln, einfach so, also da, ganz wilde Dinge habe ich da gesehen. Ja, aber auf jeden Fall, sehr lustig. Cool. Vielen Dank für die Insights. Sehr nice Story. Letzte Frage von Mats. Und, Kollege, zweite Frage, wie sieht es denn aus? Wo ist mein Störche-Trikot? Von dir? In XXL. Wo ist das? Gibt es da eine Möglichkeit, dass du mir mal eins rübersendest, oder wie sieht es aus, mein Freund? Was ist mit dem Störche-Trikot? Ich glaube, er meint unser Kiel-Trikot. Ja, ich habe ihm eins versprochen, aber ich habe es irgendwie verplant, habe ihn noch nicht zuschicken kommen lassen. Ja, Mats kommt auf jeden Fall noch. Entweder, ich schicke dir das zu, oder, wenn du mal in der Nähe von der deutschen Grenze spielst, dann komme ich vorbei und bring dir das persönlich vorbei. Das ist eine Ansage. Mega. Ich würde eine Tradition jetzt zukünftig gerne noch einführen. und heute bist du sozusagen der First Try. Die Tradition soll so aussehen, dass du stellst die nächste Frage für den nächsten Podcast-Gast und damit starten wir sozusagen rein. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Wir wissen noch nicht, wer es ist, beziehungsweise du sollst es auch nicht wissen. Eine gestellte Frage, die du vom nächsten Gast hören willst. Und wir spielen genau diesen Part jetzt ein. Was war bisher der lustigste Moment in deiner Karriere? Perfekt. Genau so wird es abgespielt. Hör du sozusagen in die Folge, nach deiner Folge. Wir können heute nicht viel, glaube ich, noch hinzufügen. Wir haben alles gesagt. Mega. Vielen Dank, Ochi. Kein Thema. War wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame, also einerseits unterhaltsame, als auch inspirierende Story von dir selbst. Herzlich willkommen zum Outro. Korrekt. Es heißt goodbye, goodbye. Wir danken euch auf jeden Fall für euren geilen Support, den ihr uns auf Instagram und auf Spotify gebt. Und auf TikTok. Auf jeden Fall nicht vergessen, die fünf Sterne zu geben. Und ja, Mann. Wir sind auf einem guten Weg. Danke nochmal, Ochi, für deine Zeit. Kein Thema. Und goodbye. See you. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 火